Panoram in Lumina Neo erstellen. Das ist eine Funktion, die es jetzt schon seit ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten schon gibt. Aber ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein Video dazu. Du siehst mich jetzt heute mal nicht mit Gesicht. Das liegt einfach daran, dass mein Büro gerade renoviert wird und ich deswegen jetzt hier also auch wirklich nur eine Bildschirmaufnahme mache. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich möchte dir heute einfach mal zeigen, wie ich ein Panorama in Lumina Neo erstellen kann und wie ich es dann auch bearbeite. Ich war ja letztens erst auf den Ferroer Inseln und habe dort eine Fotoreise gegeben, einen Workshop mit fünf Teilnehmern insgesamt. Und da möchte ich auch natürlich gleich nochmal kurz Werbung machen, denn es gibt jetzt demnächst im November die Möglichkeit, da ist noch ein Platz frei mit nach Madeira zu kommen auf eine Fotoreise. Eine Woche lang Madeira, richtig cool, kann ich nur empfehlen. Und genau sowas haben wir hier auf den Ferroer Inseln halt auch gemacht. Und hier waren wir an einer Location, da habe ich aus der Hand mehr oder weniger ein Panorama gemacht. Drei Bilder hier insgesamt. Eins, zwei und drei. Und die möchte ich jetzt hier in Lumina Neo mal zusammenfügen und dann auch gemeinsam bearbeiten. Was ich dafür mache, ist einmal die Command-Taste drücken, sodass ich alle drei Bilder hier anwähle. Bei Windows müsste das die Steuerungstaste sein. Und diese drei Bilder ziehe ich dann einfach mit gedrückter Maustaste hier einmal auf Panorama-Erstellung. Panorama-Erstellung, das ist eine Erweiterung. Du kannst hier oben einmal auf Extras gehen und dort siehst du dann auch alle Erweiterungen, die es so gibt, die ich auch installiert habe. Und hier gibt es auch das Panorama-Stitching, wo du das Ganze dann entsprechend anwenden kannst. Ganz cool an dieser Stelle ist auch noch darauf hinzuweisen, dass man dieses Panorama-Stitching auch theoretisch aus einer Videodatei machen kann. Das heißt, wenn du jetzt ein Video hast, wo du einmal von links nach rechts oder andersrum die Kamera schwenkst, dann kannst du daraus theoretisch auch eine Panorama-Aufnahme machen. Für mich ist das nichts. Ich bin Fotograf. Ich werde meine Bilder also auch immer direkt aus der Kamera machen und mit richtigen RAW-Fotos. Aber das nochmal als kurzer Erwähnung, falls du jemand bist, der vielleicht auch mal aus einem kurzen Videoschnipsel eine Panorama-Datei erstellen möchtest. Also wie gesagt, ich werde jetzt hier diese drei Bilder per Drag & Drop hier einmal reinziehen und dann sieht man diese drei Bilder hier auch direkt nebeneinander. Dann habe ich hier oben noch die Möglichkeit, auf die drei Punkte zu klicken. Da kann ich noch ein paar Einstellungen treffen, wie Verzerrungskorrektur, Vignettierung entfernen. Das werde ich mal beides noch anwählen. Genauso die chromatischen Aberrationen möchte ich noch hier entfernen. Und dann kann ich hier auch schon einmal auf Start drücken. Dann sieht man hier ein neues Fenster, wo die Panorama-Erstellung durchgeführt wird, wo jetzt erstmal die Bilder zusammengerechnet werden und wir dann eine Vorschau-Datei bekommen. Jetzt habe ich erstmal die Möglichkeit, hier noch das Bild entweder zu verschieben. Mit gedrückter Maustaste kann ich nach rechts oder nach links gehen. Wenn ich nach oben oder unten das drücke, dann kann man hier auch entsprechend das Bild noch so ein bisschen verzerren. Ich achte jetzt vor allem hier drauf, dass der Horizont im Hintergrund gerade ist. Deswegen ziehe ich das Ganze jetzt hier noch ein bisschen weiter nach unten, ohne dass es zu doll den Horizont verzerrt. Ich denke mal, so passt das Ganze ganz gut. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, ich könnte hier auch noch weiter reinzoomen oder weiter rauszoomen. Und so sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. Ein kleines bisschen hier noch korrigieren. Vielleicht insgesamt das Ganze noch ein bisschen weiter hier nach links ziehen. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Insel hier komplett drauf ist. Und ich möchte auf der anderen Seite auch, dass diese führende Linie hier, die hier unten lang geht, die das Bild so ein bisschen einrahmt, dass die auf jeden Fall auch komplett zu sehen ist. Und im Hintergrund haben wir die schönen Berge, das Dorf, das hier von der rechten Seite reinkommt. Wir haben aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten der Projektion. Wir können das Ganze auch zylinderisch uns anzeigen lassen. Wir können das Ganze hier zum Beispiel auch auf Ebenebasis machen. Dazu scrolle ich jetzt hier mal wieder ein bisschen raus, dann sieht man es besser, was jetzt hier eigentlich der Unterschied ist. So könnte man es auch projizieren oder eben so. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Da bin ich hier eher bei dem ersten Punkt, also bei dem kugelförbigen Panorama. Aber du kannst hier mal so ein bisschen durchgehen. Je nachdem, wie du fotografiert hast, können unterschiedliche Projektionen natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse fördern, die dann vielleicht auch besser oder schlechter aussehen. Ich würde jetzt hier in dem Fall wirklich sagen, das kugelförmige Panorama sieht ganz gut aus. Ich ziehe das jetzt hier, wie gesagt, erstmal wieder gerade, dass der Horizont wirklich gerade ist. Ja, sobald ich hier weiter nach außen gehe mit dem Mauszeiger, siehst du auch, wie sich dieser Mauszeiger dann verändert. Und dann können wir das Ganze theoretisch auch noch drehen. Und dann klicke ich hier einmal auf Weiter. Jetzt können wir hier noch natürlich unseren Bildausschnitt auswählen. Ich finde es ganz schön, dass der Horizont hier auf der Zweidrittellinie liegt. Da werde ich jetzt mir auch den Bildausschnitt noch ein kleines bisschen kleiner machen. Und hier auf der rechten Seite brauche ich auch nicht ganz so viel. Ein kleines bisschen nehmen wir links auch noch weg. Und dann schiebe ich das Ganze noch ein kleines bisschen höher. Und unten gebe ich wieder ein bisschen mehr rein, damit wir hier noch ein bisschen mehr von dem Vordergrund drin haben. Okay, das gefällt mir soweit jetzt ganz gut. Dann klicke ich hier einmal auf Zuschneiden. Jetzt sieht man das Ganze noch einmal so in der Vorschau, wie es jetzt auch wirklich dann aussieht. Das gefällt mir. Dann drücke ich hier einmal auf Speichern und dann wird diese Datei auch entsprechend so erstellt. Jetzt haben wir hier ein neues Panorama. Ging auch relativ fix, muss ich sagen. Und jetzt können wir als nächstes hier unter Bearbeiten reingehen. Manche Leute wenden jetzt auch erst mal noch ein Preset an. Ich persönlich bin aber direkt im Bearbeiten-Tab drin, weil ich das alles selber machen möchte. Und da gehe ich als erstes mal bei Wesentliches auf Verstärken unter Akzente AI. Das finde ich immer ganz schön. Im Endeffekt ist das ein Regler, der die Tiefen so ein bisschen aufhält und die Lichter so ein bisschen abdunkelt. Das macht er halt alles in einem. Und das mache ich immer sehr, sehr gerne, um so ein bisschen mehr noch Details überall herauszubekommen. Aber natürlich darauf aufpassen, dass es trotzdem am Ende realistisch aussieht. Den Himmel könnte ich jetzt auch noch ein bisschen verstärken. Der wird dadurch ein bisschen dunkler. Mag ich auch ganz gerne. Den stelle ich mal so auf 40 ungefähr. Und wir können insgesamt in das Entwickeln-Modul noch reingehen. Das ist ja auch etwas, was man so mehr oder weniger aus Lightroom auch kennt. Hier könnte ich zum Beispiel den intelligenten Kontrast mal noch ein bisschen erhöhen. Das finde ich hier schon ganz schön, wenn wir das noch drin haben. Und ansonsten aber Weißabgleich und so weiter gefällt mir so schon mal ganz gut. Okay, dann lassen wir das erst mal so. Und dann gehe ich jetzt hier mal noch auf den Filter Landschaft. Denn hier können wir mit der goldenen Stunde das Ganze noch ein bisschen goldener machen, aber nicht zu doll. Und ein kleines bisschen Grünverbesserung gebe ich hier auch noch mit rein. Da kann ich auch noch mal in die erweiterten Einstellungen reingehen und hier die Laubfarbe einstellen. Das ist also so ein bisschen der Grünton, den man hier einstellen kann. Du siehst, wenn ich den jetzt weiter nach rechts drehe, wird dieses Grün sehr saftig schon ins Bläuliche rein. Und wenn ich den weiter nach links drehe, dann kriege ich so ein bisschen mehr so eine herbstliche Stimmung. Und ich persönlich bin immer ein großer Freund davon, von so einer kleinen herbstlichen Stimmung. Wir waren Ende August dort, also so Ende Sommer. Da ist dort alles noch sehr, sehr grün. Aber ja, ich finde es ganz schön, wenn wir so ein kleines bisschen das Grün noch verschieben Richtung Gelb. Okay, perfekt. Eine kleine Vignette können wir noch da herumgeben um das ganze Bild. Dafür kann ich das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen abdunkeln noch außen herum. Ich stelle das Ganze so auf minus 25 und dann passt das für mich schon mal ganz gut. Gut, wir haben hier unfassbar viele Filter, die man anwenden kann, die ich jetzt auch gar nicht alle vorstellen möchte. Dafür gibt es ja schon andere Videos. Ich möchte dir jetzt einfach nur mal zeigen, wie so mein Workflow im Panorama-Stil ist. Und da würde ich jetzt auf jeden Fall hier unter Professional noch den Super-Kontrast nehmen. Da möchte ich einmal den Kontrast in den Mitteltönen noch mal so ein bisschen einstellen. Da siehst du auch, was das hier bewirkt. Also das ist auch ein Kontrast, den ich sehr, sehr gerne mag. Glaube ich, ist kein großes Geheimnis mehr. Und jetzt kann ich mit der Balance hier noch einstellen. Soll das Ganze eher ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler sein, die Mitteltöne. Ich entscheide mich dafür, dass die ein bisschen heller sein sollen. Und werde deswegen jetzt die Balance hier mal so ein bisschen nach links ziehen. Genauso können wir jetzt den Kontrast hier auch in den hellen Bildbereichen noch einstellen. Und du siehst, wenn ich den jetzt erstmal so hervorhebe, dass dann die hellen Bildbereiche hier ein bisschen abgedunkelt werden. Das mag ich auch sehr gerne, vor allem hier in dem Himmelbereich. Und jetzt können wir auch hier wieder mit der Balance einstellen. Möchte ich das eher ein bisschen heller haben oder eher ein bisschen dunkler. Hier in dem Fall möchte ich es ein bisschen dunkler haben und stelle das Ganze mal so ein kleines bisschen nach rechts. Und wir können auch den Schattenkontrast hier noch einstellen. Die werden erstmal jetzt aufgehellt. Aber wir können auch hier wieder mit der Balance sagen, nein, das möchte ich eher ein kleines bisschen dunkler haben. Und schon habe ich hier sehr, sehr gut, wie ich finde, einen richtig schönen Kontrast eingestellt. Und jetzt können wir hier mal noch in die Farbharmonie reingehen. Und da kann ich jetzt hier mal zum Beispiel noch die Leuchtkraft einstellen. Das ist auch so etwas Ähnliches wie Sättigung. Die stelle ich mal so auf 5. Und die Farbtemperatur, die möchte ich noch ein bisschen wärmer haben, die stelle ich mal so auf 20 ungefähr. Und jetzt haben wir hier schon ein richtig tolles Bild, wie ich finde. Man sieht jetzt hier auf der linken Seite, wie hier gerade noch die Sonne schön durchkommt. Da könnte man natürlich jetzt mal noch so ein bisschen basteln. Da könnte man jetzt nämlich zum Beispiel hier unter Kreativ mal noch so ein paar Sonnenstrahlen hier mit rein. Dafür muss ich erstmal hier die Menge hochsetzen. Und dann kriegen wir hier erstmal irgendwo eine Sonne angezeigt. Aha, die ist jetzt hier hinter dem Berg. Jetzt kann ich hier nämlich das Sonnenzentrum platzieren. Das ist jetzt hier also hinter dem Berg. Und jetzt siehst du, hier kommt die Sonne zum Vorschein. Und ich kann diese Sonne auch außerhalb des Bildes platzieren. Ja, also so ein bisschen weiter hier drüben. Das ist jetzt natürlich viel zu doll, was ich hier eingestellt habe. Also die Menge müsste ich jetzt hier auf jeden Fall mal wieder ein bisschen runterdrehen. Aber bevor ich das mache, drehe ich sie erstmal ein bisschen nach höher noch, damit wir hier erstmal sehen können, was wir hier überhaupt machen. Den Gesamteindruck, da drehe ich das Ganze mal so ein kleines bisschen weiter noch runter. Und dann haben wir hier super viele Möglichkeiten. Ich kann also hier die Sonneneinstellung, ich kann den Radius, also die Größe der Sonne noch einstellen. Das ist jetzt erstmal hier völlig uninteressant, weil die Sonne eh außerhalb des Bildes ist. Aber die Strahleneinstellung zum Beispiel. Ich kann die Anzahl der Sonnenstrahlen einstellen. Lieber ein paar weniger. Und dann kann ich auch die Farbtemperatur noch einstellen. Die Wärme der Sonnenstrahlen, die würde ich jetzt hier mal ein kleines bisschen wärmer machen. Und wie gesagt, keine Sorge, dass das Ganze jetzt hier zu doll aussieht. Das nehmen wir jetzt hier natürlich ganz stark zurück. Ich möchte das wirklich nur so ganz wenig drin haben. Und jetzt kann ich hier oben mal auf das Auge klicken. So sah es ohne aus. So sieht es mit aus. Und jetzt kann man immer nochmal beurteilen, ist das vielleicht immer noch ein bisschen viel. Ja, es ist vielleicht immer noch ein bisschen viel. Deswegen nehme ich das nochmal ein bisschen mehr zurück. Und stelle die Menge so auf 15. Und jetzt gefällt es mir gut. Jetzt ist es ein Effekt, der mir gut gefällt. Wo man es jetzt auch nicht sofort sieht, dass man jetzt hier noch irgendwas reingearbeitet hat. Aber ich mag den Effekt sehr, sehr gerne. Ja, und jetzt habe ich hier ein richtig schönes Panorama erstellt von den Ferrierinseln. Und jetzt kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, erstens, ob es dir gefällt. Zweitens, ob du selber Panoramen erstellst und welche Software du dafür verwendest. Es gibt natürlich auch unter dem Video einen Promocode, wo du Luminar Neo erstens ausprobieren kannst. Und natürlich auch über diesen Code günstiger bekommst. Das kann ich dir an dieser Stelle nochmal empfehlen. Ich muss wirklich sagen, Luminar Neo hat sich richtig gut entwickelt. Ich habe zwar lange kein Video mehr dazu gemacht, aber man muss wirklich sagen, es ist jetzt erstens mal eine stabile Software geworden, die sie gut entwickelt haben. Und vor allem, wo jetzt auch nicht jedes Jahr wieder eine neue Version rauskommt, sondern diese Version wird jetzt seit, ich glaube, fast zwei Jahren stetig weiterentwickelt. Das finde ich gut. Das haben sich, glaube ich, damals auch viele gewünscht. Damals waren auch viele sauer, weil das eben immer wieder eine neue Version gab, die immer instabil waren. Und da hat Skylum jetzt wirklich ein bisschen gelernt, wie ich finde. Und es ist jetzt wirklich ein Programm, womit man gut arbeiten kann und was halt auch eine gute Alternative ist. Gerade dann, wenn man sagt, Lightroom gefällt mir nicht so sehr, da monatlich zu zahlen. Für Luminar gibt es halt auch die Möglichkeit, das Ganze einmal zu kaufen. Und dann gibt es halt diese Erweiterungen, wie zum Beispiel Panorama. Dafür muss man natürlich dann nochmal ein bisschen was bezahlen. Aber es ist halt eine gute Software, wie ich finde. Also, wenn es dir gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben. Schreib was in die Kommentare und abonniere natürlich den Kanal für weitere Videos. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ansonsten sehen wir uns und wir hören uns vor allem. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und beim Bild bearbeiten. Ciao!